servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es gibt mal wieder ein paar neue änderungen an den klassen auf dem ptr 9.0.5 das bedeutet ein paar hotfixes letzten endes es sind mehrere klassen betroffen wir gehen das ganze jetzt mal zusammen durch damit ihr up to date zeit da der patch nächste woche erscheint denke ich wird nicht mehr allzu viel weiteres dazu kommen und wir starten einfach direkt rein wenn euch das video gefällt glaube ich habe es noch nicht gesagt like abo und die glocke und damit starten wir rein es gibt eine änderung am demon hunter brennende wunde verursacht 100 prozent mehr schaden das ist neu und der schaden der feuerbrand aura wird um 65 prozent erhöht vorher war es auf dem ptr 100 prozent erhöhung mittlerweile auf den live servern sind es nur 50 prozent also es ist alles in allem noch ein buff nur nicht mehr ganz so krass wie vorher den effekt könnt ihr auf chest also brust und den rücken packen und damit ist er ein bisschen stärker geworden wurden das vorder for the flame futter für die flamme wurde auch noch mal angepasst ihr beschwörten dämonen werft eure klebe drauf der explodiert macht nun 192,5 prozent attack power schaden anstatt 175 prozent das wurde geändert dann haben wir noch den hunter das hatten wir gestern schon dabei mit dem ziel sicherheit der adler kralle laufzeit laufzeit von volltreffer um drei statt fünf sekunden erhöht und die fokus kosten werden um 25 statt 50 prozent reduziert neu dabei ist die nächste fähigkeit die jetzt kommt latent poison injectors das heißt auf deutsch injektoren für latentes gift der schaden wenn ihr dann euren raptoren stoß einsetzt ist nun auf 20,7 prozent der angriffskraft erhöht von 18 prozent ursprünglich dann haben wir beim schurken den knochen stachel das hat man auch gestern schon macht mehr schaden 120 prozent der angriffskraft statt 30 prozent und ihr bekommt pro aktiven stachel einen zusätzlichen kombopunkt dazu und schamane ist noch das neues hinzugekommen dass oder der legendäre effekt jonats natural focus jonats natur focus die heilen der welle und healing search erhöhen die heilung eurer nächsten ketten heilung jetzt um 20 prozent statt wie vorher zehn prozent und das deckt bis zu fünf mal also könnt ihr dann 100 prozent healing buff rein snacken was noch ebenfalls neu ist was hier jetzt nicht mit drin steht sind zum einen die bus für den krieger tank das ist neu und am droiden wurde auch noch mal was gefixt was jetzt hier nicht mit drin steht und zwar die konvokation der geister die night fay ability wenn ihr wiederherstellungs oder wächter druide seid wird kein vollmond und keine wilde raserei mehr gewirkt in diesem zusammenhang also ein klitzekleiner nerf für diese specs dass sie nicht mehr ganz so viel damage drücken denn es war ja vorher möglich wenn ihr beispielsweise als healer oder tank die gleichgewichts affinität gewählt habt und dann konvok gedrückt habt konntet ihr schaden faden für den zeitraum wie eigentlich fast eine eule und das war den entwicklern scheinbar ein bisschen zu krass damit sind wir durch mit den aktuellen hotfixes es wird dann auch noch mal ein video kommen mit allen änderungen die bisher gemacht wurden und wie sie live gehen werden ich denke mal das wird kurz vor dem patch sein ansonsten bedanke ich mich fürs zusehen bei euch wünsche euch ein schönes wochenende bis zum nächsten video und rein gehauen